moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge outlast 2 für den nintendo switch ja es wird nicht besser anscheinend jetzt müssen wir hier noch runter in die mine ohne batterie damit aber wie gesagt es wird nicht besser gehen wir mal runter also wir haben jetzt schon sehr viele lebt und die leute sind alle psychisch krank hier darf man nicht vergessen alle verrückt wir sind die einzigen die clever und klug sind und normal das geht es immer tiefer dieser korridor ist endlos ok kleines video schraubstellen sie okay gut ist mich nicht noch mal geschenkt galerie sparen oder auch nicht ganz so clever ist es wahrscheinlich nicht hier durch quetschen so hoffentlich fallen diese stallag mieten nicht auf mich drauf herunter oder geht es den anderen weg längs wasser auch so oh nein nein ok 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 ja true face your seed will burn this world weir to win was da los geht Ich begrüße ihn nicht. Ich begrüße ihn nicht. Ich bin kein Problem. Oh Gott! Du bist verrückt! Ich zeige mich! 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 Oh! Oh! Help me make this right! Please! Oh! Schnee durch! Da eins! Ok, holst du längs! Danger? Danger Clinic! Hier bakerie längs! In erstaunlich! Ah ok! Da gehts nicht längs! Okay, komm, was leider vorbei ist, habe ich jetzt nicht gesehen, aber es geht ja anscheinend. Bleiben wir nach. Du musst, dein Kind, dein Vater, den Christ, den wir verdrehen. Was? Ah, okay, hier liebt es ja nichts zu sehen, oder? Zwei Sachen. Ist so weltbewegend. Gehen wir hier mal weiter. Da sind Batterien, ne, komm mal mit. Da weiß ich noch nicht, wie ich das nächste Mal vermitteln muss wieder. Okay, man kann sich im Wasser also verstecken. Scheiße. Ich habe ihn weiter. Das ist der Vorstand. Was? Was ist das? Das ist der Vorstand. Das ist der Vorstand. Das muss sein, dass wir da durch müssen. Dann müssen wir ruhig tauchen. würde ich sagen ok ja durch das sterbe ich dann probieren es aber mal ok kann ich anscheinend nicht durch tauchen nämlich schon gleich tot ärgerlich ärgerlich runter ok wo kriegen den strom her ist die frage ja 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 Verdammt! Verdammt! Ok, probieren wir's nochmal. Also jetzt weiß ich auch nicht wo der Stromknapp ist, das ist schon mal gut zu wissen. So, wir holen's mal das Gewandchen nochmal. Verdammt! Kennen wir da Strom? Ja, das ist knapp, den mach ich mal aus. Fuck. What? Quatsch. Ich hab hier den Strom ausgemacht. Aber anscheinend nicht. Hä, was ist das denn für Quatsch? Oh man! Oh man! Wie war ich da schon? Und dahin hier. Da kommt er, da kommt er. Äh, passt doch nicht da durch, oder? Ich glaub nicht, ich glaub nicht, dass er durch passt. Obwohl, dass wir trotzdem da hin müssen leider. Ach man, das ist ja bescheuert. Ich glaub ich könnte ihn mit dem Strom da irgendwie wegbekommen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich darf nicht durch, ne? Ach, vertergad. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, noch ein Schalter, okay. damit sind schon geschaltet haben weiß ich nicht kommt er hier hin ok da ist er wird noch mal hier drin das sieht er uns ja nicht da kommt der Psycho schau schau wieder zurück ok schau 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 Und anscheinend war ich verbannt. Ich habe alle meine Verbände schon verbraucht. Jetzt bringt jetzt gar nichts. Ich muss ja da irgendwie hoch. Wie komme ich da hoch? Oder kann ich da an der Seite vorbei? Ich weiß nicht, die könnte jetzt hier irgendwie weiterkommen, aber... Das geht nicht. Ein Knopf, den man drücken kann. Okay. Wollen wir kurz weiter gehen und gucken. Muss der Strom wieder angeschaltet werden hier? Oder was? Ja, darüber komme ich jetzt ja nicht mehr. Das ist ja jetzt Quatsch. Na gut, also müssen wir was anderes finden. Gehen wir mal diesem Stromkabel nach hier. Ach, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Die Weiche muss gestellt werden. Und dann könnt ihr das Ding da glaube ich gerade auszuckern, oder? Und diese Holzdinger kaputt machen. Wir probieren es mal. Okay. Perfekt. So. Okay. Okay. Ein kleiner Schockmoment. Aber hat das nicht passiert? Ich gehe erstmal hier rein. Wo wir hier kommen. Sicht. Hier geht es irgendwie längs. Ein kleiner Plankenweg. Und dann. Wollen wir jetzt mal reingehen? Gibt ja keine andere Wege oder so, ne? Nö. Das ist der einzige Weg. Aber wir drücken. Pfff. Das war eine kleine Ablenkung nur für mich. Verrückt. So, da sind wir durchgekommen. Mann. Ich bin auch echt nicht gerade. Da geht es auch nicht durch. Da muss es ja hier einen Weg längs geben. Hier ist sozusagen dicht. Wir müssen hier längs. Ach, hier ist eine Treppe. Ah, okay. Ich hatte eben nicht gesehen. Und weiter geht es runter. Was erwartet uns hier unten? Was erwartet uns hier unten? Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Bis. Bis.